Hey! Herzlich Willkommen zum Daily Calendar Puzzle! Hey, hey, hey! Der 21 ist heute dran! 20 haben wir ja recht schnell hingekriegt, verglichen mit dem 18 und dem 19. Mal schauen wie lange wir dafür haben werden. Die 21 ist ja hier unten. Dann krieg ich nicht mal das Ding raus. Okay. Da unten ist die 21. Es gibt jetzt vielleicht kein Teil, was ich einfach so einbauen könnte, was einfach so die 21 freilässt. Man könnte doch den da, den da irgendwie, keine Ahnung, den da könnte man so einbauen. Dann haben wir oben aber noch die 14, die irgendwie auch noch blöd ist. Und wenn wir mit dem da die 14 weg machen, dann haben wir unten ein Problem mit dem da. Genau. Also fangen wir einfach neu an. 21 stoppen. Eine 20 stoppen. Wir machen uns jetzt wieder los. Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir mal wieder rein. Wir machen uns natürlich den Faktor organisieren. Wir machen uns jetzt bitte diesen Punkt noch was schon mal. Und noch mal wiederholen. Wir machen uns zurück. Wir machen uns zwei Punkte. Wir machen uns dann nur gleich mal kurz. Wir machen uns dann einfach mal kurz. Wir machen uns in mein Liebchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020